So Leute, willkommen bei CarRace. Ich heiße Karmel Abster. Exzellenz, Autovermietung haben wir heute zu Besuch mit ihren M4, mit ihrem 340i und ihren M4 Competition. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das Ergebnis wird und ich wünsche euch viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 So Leute, jetzt wieder in den M4 gegen einen 340i und einen normalen M4, der mir gerade gesagt hat, dass er die Luftansaugung gemacht hat. Also ich bin mal gespannt, ob sich das was verändert hat zum M4 Competition. 340i neue Abgasanlage. Mal gucken, was das so bringt. Und ja, ich bin mal sehr, sehr gespannt. Was ist denn mit dem 340i los? Was war das denn für ein Start? Ja, der M4 ist ganz weit hinten gewesen. Aber der 340i, ey. Das war ein guter Start, ey. Bis Glück. Gleiche Geschichte nochmal. Drag Race. Viertelmeile. M4 Competition. 340i gegen einen M4. Ich muss natürlich auch dazu sagen, das ist das allererste meiste M4-Fahrer heute. Allererstes Mal einen Lambo gefahren heute. Also, ja, kann man machen auf jeden Fall, ne? Aber ist nicht meins. Ist gut, aber ist nicht so meins. Der Lambo eher natürlich, ne? Aber da fehlt ein bisschen was. Drei, zwei, eins. Ich komme wieder. Ich packe ihn wieder. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass ein 340i sehr, sehr schön geworden ist. Wirklich sehr, sehr schön. Und das auch ein Auto ist, was man häufiger sieht, als so jetzt andere Sportwagen, sage ich mal. Und das auch einfach völlig okay ist, dass man so einen Wagen mal präsentiert. Einfach für, ja, für den Mehrwert, sage ich mal. Für die Leute, die sich kein M4, M3 leisten können. So, Rolly 50 ist angesagt. Ich bin mal sehr gespannt, aber da sollte ich eigentlich vorne liegen. Mehr Leistung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, gut. Ah! Hast es zu verdient. Aber gut. Ja, echt gut. 3, 4 Sieber ein bisschen klein hinten. Aber der Schieber ist gut. Ja. Oh, komm her aus. Oh, ha smooth. Untertitelung des ZDF, 2020